Es war definitiv etwas unbeschwerter als heute, finde ich. Das war ein Zitat von The NeverEnding Game hier bei twitch.tv slash DaveDurrenTV live bei der Aufnahme zur zweiten Session von James Bond 007 Night Fire aus dem Hause DaveDurrenTV. Was eine lange Begrüßung, wenn man so möchte. Aber sie bot sich gerade an. Und damit willkommen zurück zu eben der zweiten Session zu diesem Let's Play. Ich hab wieder richtig, richtig Lust. Macht sehr viel Spaß. Ich hatte auch bei der ersten Session schon echt sehr, sehr viel spaßige Momente. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr wieder dabei seid, dann sagt es mir eigentlich, dass es euch ähnlich geht. Wir sind hier gerade immer noch in Österreich. Österreich. Und wollen entkommen. Unsere Kollegin ist im Nachbargebäude und versucht, die Kameras, die hier überall noch auf uns oder andere Eindringlinge lauern, zu deaktivieren. Das hat sie bisher nicht getan. Und wir wollen weiter voranschreiten in den Kontrollturm, um da Dinge zu tun. Das Radarsystem zu deaktivieren wahrscheinlich. Was sagt denn unser hier? Infiltrate the Flight Control Tower. Oh ja. Und natürlich Avoid Security Detection. Ne? Ja, auf jeden Fall. The NeverEnding Game ist wieder dabei. Freut mich sehr. Der liebe Luca. Auch schon langjähriger Zuschauer. Werde mal ein bisschen lurken. Wie gesagt, bin erst gerade nach Hause gekommen. Und so. Alles gut. Kein Problem. Und eine Sache muss ich, glaube ich, doch nochmal eben anpassen. Geht sofort weiter. So, und zwar den Limiter. Schmeiß ich doch lieber wieder rein, glaube ich. So. Ja, mal gucken, was jetzt hier so passiert. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gedreht. Also, falls ihr euch wundert, warum die jetzt lauter erklingt, dann liegt das da dran. So. Ist hier eine Kamera? Also, an so ein paar Sachen kann ich mich ja tatsächlich erinnern. Und an andere Sachen, da bin ich. Also, hier ist, glaube ich, aber ein Typie drin. Kann das sein? Warte mal. Oder? Ja, da ist ein Typie. Und da ist noch ein Typie. Der guckt sich, glaube ich, den PC an. Und der guckt sich hier irgendwas an. Okay, und da liegt eine Panzerung. Es interessiert ihn halt einfach nicht. Ein Schrei? Ach, das war bestimmt nur irgendwie hier, weiß ich nicht. Meine Kollegen von oben haben wir da Tokio Hotel gehört. Es ist, es ist, es ist, ja. Juhu! Ah, und hier bekommen wir nämlich eine Checkkarte zu... Level 2 Security Pass Key Obtained. Geil. Und natürlich eine... Wow. Eine Rüstung. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das hier zu bedeuten hat. Also, dass es eine Karte Österreichs ist, das habe ich wohl erkannt. Aber... Rot und Blau. Demokraten und Republikaner. Was ist hier los? Und was haben wir hier? Leider nicht gut zu erkennen. So, hier. Da, da, da. Ach, diese gelangweilte Musik. Ich, ich, ja. Ich nenne sie gelangweilt. Das ist... Es ist so wunderschön. Ich liebe sie. Die Musik. Vielleicht auch die Langeweile manchmal. Wo mir tatsächlich relativ selten langweilig ist. Toi, toi, toi. Ist das ein Sony-Fernseher? Das sind alles so Sachen, auf die ich noch nie geachtet habe in diesem Spiel. Die auch überhaupt nichts zur Sache tun. Aber ganz in der Manier von... dem Harry Podcast, den ich, glaube ich, in einer vorigen Folge schon erwähnt habe, von Coldmirror. Wollte ich in diesem Replay auch mal so auf kleinere Details achten. Weil ich finde sowas mal interessant in Spielen. Oh, so. Schöner Lichteffekt zum Beispiel, ne? Ja, das heißt, wir können jetzt hier unten rein. Jetzt weiß ich noch nicht, ob... Da noch eine Kamera kommt, wollte ich sagen. Stürmte voran. Ach, genau. Hier haben wir vorhin angefangen. Ja, ja. Ja, das Blöde ist hier bei den Wänden. Da sehe ich die Kameras leider nicht so gut durch. Das ist halt das Suboptimale. Wow. Mir reicht ja nur so ein kleiner... Eine kleine Andeutung, in welche Richtung sie sich bewegt. Okay. Bewegt sich jetzt hier hin. Du hast mich gut zitiert, The NeverEnding Game. Er schreibt, äh, hü. Oder meinst du die Musik? Äh, hü. Ah, schön. Also, sie könnte auch mal eigentlich, unsere Kollegin... Ja, ja, komm. Ja, 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 ja. Ja. Uh. Okay, das war knapper, als ich eigentlich gewollt habe. Und mir fällt eine coole Sache ein, die wir hier machen können. Ich weiß nur nicht... Ja, obwohl... Na, wir müssten noch niedrig genug sein, hoffe ich doch mal dafür. Aber, wie ihr hier seht, wenn wir nach oben gucken, dann können wir uns hier direkt ganz nach oben ziehen, anstatt die ganzen Treppen zu laufen. Auf denen wir, ehrlich gesagt, nicht viel verpassen würden. Sorry, der musste sein. Das ist schon alles vollkommen... Vollkommen okay, Luca. Alles gut. Und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal, oder? Ja, wo haben wir es denn? Da, oben links. Das war ein Bond-Moment. Und da ist jetzt auch das Zeichen gekommen. Vielleicht waren das vorher doch keine Bond-Momente. Und das war einfach nur... So, von wegen. Ey, das war ein cooler Moment. Er bringt dir überhaupt nichts, aber du kannst dich gut fühlen. So nach dem Motto. Das könnte natürlich sein. Stand by. Leider kann man übrigens hiermit keine Leute... Wie soll ich sagen? Knechte, nein. Kurzer Zeit unfähig ihres Daseins machen. Also irgendwie betäuben. Oder so. Oder schädigen. Was ich natürlich nicht möchte. Oh, Catwalk Access. Diese ganzen Schilder, die kenne ich halt auch noch gar nicht auf Englisch in diesem Spiel. Ich habe bisher halt früher immer nur die deutsche Version gespielt. Und wir sind immer noch bilingual unterwegs. Ich hoffe, dass jetzt die Cutscenes, die kommen werden, auch alle auf Deutsch sein werden automatisch. Oh. Mir fällt gerade was ein. Genau. Jetzt können wir nämlich hier auf diesen Catwalk draußen... Ich weiß nicht, ob er da stehen bleibt. Ich glaube, der bewegt sich auch. Und ich hoffe, dass sie hier wieder ihren geilen Spruch sagen. Radio Contact is limited. Ich kann nicht mehr reden. Da, Isar! Ja. Leute, die das Spiel jetzt noch nicht so kennen, die wissen jetzt nicht, was ich meine. Und fragen sich jetzt, warum spricht der Mann so komisch? Das ist manchmal... Ja. Also er bleibt da stehen. Interessant. Okay. Wie wechsle ich denn? So. Du musst doch nicht um deinen Jungen weinen. Ähm. Da, da, da. Ja, und hier dürfen wir nämlich gleich ein bisschen... Aber warum darf ich nicht? Ich spreche in Rätseln. Dies weiß ich wohl. Nicht, dass hier jetzt doch der andere Typ hier rumläuft. Waren das nicht zwei? Ja, das waren zwei. Läuft. Ich kann sie leider nicht einsammeln. Aber es ist gut zu wissen, dass wir hier welche hätten. So. Ich glaube, das Wort Hangar war mir vorher auch nicht bekannt, bevor ich dieses Spiel damals, vor 20 Jahren zum ersten Mal spielte. Der Hangar. Ja, da hinten, ne? Was richtig geil wäre. Wir haben uns ja hier hinten in der letzten Session hochgezogen. Wir sind ja hier unten rumgelaufen, ne? Ihr wisst ja noch, mit Heinrich und dem Scheinwerfergenerator. Und dann haben wir uns hier hochgezogen. Das war ja auch so eine kleine Odyssee, dass wir da nicht entdeckt wurden. Wenn wir uns von hier da hinziehen könnten. An dem Haken. Da ist er. Das wäre halt schon... Ich glaube, so weit reicht auch unser Ding nicht. Warte mal. Das wäre jetzt echt lustig. Aber der Effekt sieht sehr, sehr geil aus, muss ich mal sagen. Von dem... Enterhaken und dem Seil, was sich so spiralförmig immer weiter rumsprattelt. Das war sehr unauffällig, was wir gerade machen. Jetzt bin ich an den ganzen Kameras vorbei und... Ich glaube, die will uns ein bisschen natzen, kann das sein? Ich glaube, das ist ein Klassiker. Nichts. Radio-Kontakt ist limitiert. Ich sehe ihn nicht auf dem Radar. Ich sehe ihn nicht. Er sollte sich nahe zu kommen. Klassiker. Drei Leute. Ich könnte theoretisch gesehen eine Granate werfen, wenn ich wollte. Will ich das? Wir können ja blind Granate werfen. Warum nicht? Äh. Hä? Hallo. War ich nicht... Hallo? War ich nicht so gekonnt aus? Was? Was? Ja, und jetzt versinkst du im Boden vor Scham, ne? Wie er gekonnt ausgewichen ist. Das war schon so ein bisschen assi. Ich glaube, man kann die ganzen Sachen... Muss ich die sogar zerstören? Destroy the flight control tower, communication and radar consoles. Ja, muss ich. Ich kann mich da... Erkünden mal. Also häufig werden wir, glaube ich, eh keine Granaten einsetzen. Wir haben auch nur die eine. Oh, ne, wir haben doch mehr. Aber ich sehe keine Zahl. Und vor allem explodieren die sehr, sehr schnell. Äh. War es ihr nicht gerade kaputt? Jetzt konnte ich natürlich nicht überprüfen, ob es eine deutsche Katzine war. Ja, was meinst du, was ich gerade mache? Brötchen schmieren, oder was? James, James, take out those cars already, will you? Hallo, hallo. Wo sind denn hier noch welche? Ach, das ist Ete? Ja! I will. Would you kindly? Ne, Bioshock. Das ist Ete? Ey, meinst du, ich höre jetzt einfach auf, oder was? Ey, manche Leute, ne? Ja, ist ja gut, jetzt. Och. Ganz so eine Waffe da unten, ey. Ja. Ja, hi. Ähm. Ja. Da ist sie, okay. Hi. Ja, ich kann dich leider nicht. Das Geländer ist zu... Was? Agent Zoe Knight, shape his child. Was soll das denn? Ich, 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 ihr habt das gesehen. Ich, ja, ich weiß, ich hätte von dem Tower oben auf die, auf den Catwalk gehen müssen. Das mache ich jetzt auch. Äh. 1846. Was war die? Was war die? Most recent load. Ja, viel haben wir nicht verpasst, glaube ich. Viel müssen wir nicht nochmal wiederholen. Das ist ein Smartphone. Eine Mischung aus, aus, aus Handy und Scharfschützengewehr. Geil. Ähm. Ja. Theoretisch gesehen, könnte ich die jetzt eigentlich auch schon ausschalten, die da hinten stehen. Ich bin gerade ein bisschen riskant unterwegs. Das ist mir wohl bewusst. La, la, la. Es ist ihnen egal. Egal. Dass ich da jetzt, dass er einfach laut geschossen hat hier. Das ist, ah. Schießübung. La, la. Ja, gut. So. Just a minute, James. Done. Kameras are offline. You're good to go. Readybird from Ruck. Nothing. Radio-Kontakt is limited. I don't see him on radar, either. Keep hailing him. He should be getting close to him. Waren das alle? Ich glaube, ja. Ich hab da sowas im Gefühl. Ja, ja. Cover me. Ich bedecke mich. Äh. Was? Ja. Hallo. 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 Das ist halt richtig fies, weil die halt ähnlich farbig gekleidet sind, die Leute hier. Sie und die anderen. Wow. Rückstoß. Das war glücklich. Da dachte ich, ich hätte ein bisschen zu früh geschossen. Ich meine, so richtig, was machen die nicht, ne? Aber der Genugtuung halber möchte ich die doch ganz gerne eliminieren. Das hat voll die Langeweile. Es ist so geil. Ja, was mach ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin unterbezahlt. Ach komm. So. Ja, ja, ja. Ich bin fast auf der Bench jetzt. Das ist er. Den konnte ich nämlich zum Beispiel vorhin nicht sehen. So. Ah, ha, ha, ha. Das ist so geil. Wer da hinläuft und sich fragt, was ist denn jetzt los? Er auch. Wir haben einfach irgendwie kein... Irgendwie keinen Bock, die Leute. Kann das sein? Okay. Ja, sieht doch gut aus. Nein. Sie ist in diese Tür gelaufen. Wir haben keine Chance mehr. Lasst uns die Sirene ausschalten. Ja, cool. Ich glaube, ich bin sonst immer hier runtergesprungen irgendwie. Aber das kostet uns natürlich auch viel Energie. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Wege hier. Ich weiß es nicht. Ich würde sonst einfach ganz galant heruntergehen. So, vorher die Munition hier mitnehmen, natürlich. Lala. Äh, ja. Kann ich mich? Moment. Kann ich mich hier auch abseilen? Geht das? Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Aber... Wow. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ja, super. Ja, nee. Nee. Nein. Da habe ich meine Prinzipien. Nein. Dann sehen wir jetzt doch die Treppe. Übrigens, ganz, ganz wichtiges Detail. Auf diesem Zwischenstockwerk hier, da dürft ihr rauchen. Hier allerdings nicht. Ist ganz gefährlich. Hier dürft ihr rauchen. Hier dürft ihr übrigens auch rauchen, wenn ihr wollt. Hier allerdings nicht. So, ja. Jetzt ist das Ganze hier ein bisschen leichter. Ich wollte gerade sagen, hier war irgendwie, glaube ich, ein Typi. Das hatte ich noch in Erinnerung. Ja. Nun denn. Ich hatte recht. Habe es aber vielleicht nicht wahrhaben wollen. Gebückt durchs Fenster gesprungen. Schön. Aber mit denen kann ich nicht sprechen. Nee. Schade. Schade. Die halten aber auch ganz schön viel aus. Dafür, dass ich den direkt in den Kopf schieße. Wie leicht das jetzt alles ist hier. Was? Wo? Was? Dam, dam. Bum, bum. Bim, bim. Bam, bam. Wo schießt er denn hin? Was war das denn? Ja, das ist Bond-Musikwürdig. Hallo? Hallo? Mit der letzten Kugel. Wo hat er denn... Was, was... Also, warum? Was ist an Data Processing so schlimm? Manchmal verstehe ich die Menschen nicht. Ach, hier ist wieder... Ja, komm. Boris Becker wollen wir jetzt auch nicht stören. Konferenz-Room. Administration. Wow. Ja, ist ja gut, admin. Sag mal. Somebody kill him! Ja, ich will ihn auch töten. Ich meine, du. So. Somebody kill him! Das ist... Ja. Herz erwärmend. Ja. Ich will diesen Schrei so geil. Ohaah. Das ist so schön. Gut. Warum kann ich... So. So. Ja, trotzdem war noch zu viel. Muni. Für mich. It is too much for me. Das ging jetzt mit einem Schuss. War aber auch von hinten. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Dum. Da 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 da. Hat er sich jetzt selber angefeuert? Keep firing. Weil hier ist ja kein anderer mehr, oder? Ich glaube, dies war der Fall. Ach so. Nee. Ich wollte nicht den Schalldämpfer abmachen. Ich wollte hier... So. Und was ich jetzt gerne machen wollen würde, bevor wir da hinten weitergehen, um das Let's Play noch weiter in die Länge zu ziehen, ich würde ganz gerne... Ja, nein. Weil ich neugierig bin, ich würde hier ganz gerne mal schauen, ob ich hier reinkomme. Weil die Tür war eben offen. Das weiß ich. Da bin ich mir sehr sicher. Aber hier komme ich... Ne. Manu. Ich glaube, das habe ich auch früher schon mal nachgeschaut. Aber es geht nicht. Ne. Oder? Warte mal. Warte mal. Ne. Warte mal. Ich will hier rein. Da ist, glaube ich, nix. Wobei man... Ja, man weiß es nicht. Vielleicht ist hier hinter der Ecke irgendwas Geiles versteckt. So ein Raketenwerfer oder so. Also, weiß ich nicht. Weil theoretisch denkbar. Ja, ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Ich muss so kurz eine kleine audio-technische Sache überprüfen. Aber jetzt geht es weiter. Ah. Ah, I love it. Es macht einfach... Es ist einfach... Ja, es ist ein Traum. Hm. Ist hier vielleicht noch irgendwas Spannendes drin? Ja, hier in diesem geheimen... Nicht-geheimen Raum kommen wir leider nicht rein. Es war ein Versuch... Wert. Hier ist, glaube ich... Bierfässer? Nein, hier ist, glaube ich, irgendwas... Nix Spannendes. Phoenix. Oder Phoenix, wie der Deutsche sagt. Aber wir sind hier ganz, äh... International unterwegs. Deswegen... Sag ich beides. So. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren. Ich meine, die Cutscene hat eben... Funktioniert. Was mich eigentlich... Glauben lässt, dass das mit diesem... Mit dem Austausch der Cutscenes... Passt. Das heißt, jetzt wird ingame direkt... Die deutsche Cutscene abgespielt. Zumindest die haben wir dann... Nativ sozusagen auf Deutsch. Ich bin sicher, Drake weiß, wir sind hier jetzt. Wir müssen hier rauskommen. Das verjagt mich immer wieder. Für euch ist der Hinterfall vielleicht gar nicht so laut, aber... Das ging früher. Bin mir sehr sicher, dass das früher ging. Man konnte durch die Tür... Die Tür... Oder nee, das ging nur in Japan, glaube ich. Weil die so Papp... So Papptüren haben. Okay, vergesst, was ich sagte. Ich werde es euch noch zeigen. Das klingt wie eine Drohung, aber... Ist gar nicht so gemeint. Weißt du was? Wir können ja auch mal Disney machen hier. Geht das? Ich will die Tür schließen. Ich will ihm die Tür vor der Nase zu hauen. Das wäre eigentlich... Ich kann die Tür auch nicht schließen. Schade. Oh, was ist denn hier? Nix. Ist hier was Spannendes? Hier ist tatsächlich... Jetzt auch mal... Ohne Scheiß. Da ist tatsächlich was Spannendes drin. Da will ich hin. Wie, wie, was? Seht ihr das? Wie, wie komme ich... Moment. Wie komme ich da rauf? Weil ich kann nicht hier drauf springen. Das ist zu hoch für mich. Ja, geil. Aber ich komme halt nicht da hin. Was ist das halt... Was ist denn da überhaupt? Irgendwie Waffen oder Munition oder was? Übrigens! Haben wir sie auch wieder hier? Kartoffeln. Nur das Beste. Alle. Ja, das ist ein Magazin, ne? Also nicht Zeitschriften. Tö, ne Zeitschrift. Sondern, ähm... Klar, Insider. Sondern, äh... Pistolenmagazine. Nehme ich doch mal scharf an. Aber... Wie kommt... Jetzt mal ohne Scheiß. Wie kommt man da hin? Kann ich von vorne? Ich kann auch... Ich kann ja nicht höher springen. Ich kann mich auch nirgendwo hochziehen. Kann ich vom Kartoffelsack mich da hin beamen? Kann ich von hier da drauf? So weit kann aber nichts springen, oder? Neh. Ich kann ja auch nicht rennen. Also es gibt keinen Rennmodus.